so hallo ihr lieben da draußen herzlich willkommen zu diesem video ich sag mal so ich nehme das video auf am 24 dezember 2019 23 uhr 29 nicht ganz 30 ich hoffe der kamin ist nicht zu laut ich mache immer noch einen kleinen tick leiser denn ja jetzt ist es 30 das wird wahrscheinlich bisschen sentimental oder so i guess ich wollte erst die facecam vielleicht dazu schalten hat das jetzt dann doch gelassen ja heilig abend war bei mir an sich eigentlich ganz schön einige familienmitglieder wieder gesehen geschenke ausgetauscht so oder wie man sich das vorstellt und ich hatte jetzt auf dem weg nach hause wieder mal so ein moment wo man halt viel nachdenkt man kennt das ja das ist kommt es dann immer so eine stimmung weihnachten feste liebe feste familie und das beisammensein ja so und dann ertönen im radio oder noch so so chor gesänge herr von von so ein kinder chor der so selige weihnachtsmusiker singt da kommst du halt schon so ein bisschen ins grübeln und dann guckst du dir all die nachrichten an die du bekommen hast von ganz vielen menschen die an dich hat an dem tag denken und die dir was sagen wollen oder was schreiben wollen ich will jetzt hier gar nicht irgendwie namen oder sowas nennen weil es sind natürlich auch einige hier aus aus dieser ganzen online zeit auf youtube dann über die social media mit giga griebi und ich bin sehr sehr dankbar dass ich die ganzen menschen kennenlernen durfte und die immer noch teils eine sehr starke rolle in meinem leben einnehmen viele menschen die ich im laufe der letzten jahre kennenlernen konnte mit denen ich sehr viel zeit verbracht habe momentan vielleicht nicht mehr ganz so sehr was immer schade ist also ich bin so ein mensch ich also ich 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 hasse ja wirklich abschiede ich finde das ganz schwierig und ich ich bin auch so ein typ ich kann mich halt zwei jahre später mit jemandem treffen mit dem ich da echt selten was zu tun hatte und weiß ganz genau das ist wie beim letzten mal man umarmt sich man man lacht gemeinsam und das ist alles so wie immer einfach aufgrund der tatsache dass ich das ich kann gar nicht anders ich kann ich das gar nicht anders kann und also diese ganzen nachrichten gesehen habe dann habe ich auch einen allgemeinen blick auf social media gehabt und habe dann auch auf instagram auch über meinem privaten profil viele beiträge gesehen von menschen wie sie halt bilder von sich selbst posten am weihnachtsbaum oder wie sie in ihren stories posten diese diese familien wie sie gruppenfotos machen oder jemand schreibt wie gemeinsam stille post gespielt wird und da entwickelt man noch mal in viel größeres maß an demut in so einem moment man sollte sich natürlich dieser sache immer bewusst sein und das versuche ich auch und ich würde auch von mir behaupten dass ich das durchaus tue aber gerade an solchen tagen schlägt das dann immer noch mal krasser rein ich meine es geht auch glaube ich jedem so jeder hat dann so diese momente in denen er dann noch mal innehält in denen er bemerkt wie wichtig und schön das ist und das hat mich jetzt auch dazu bewogen dieses video zu machen also falls ihr euch fragt okay was will der typ jetzt hier eigentlich redet hier fast vier minuten schon und was worauf will der hinaus ja es sind genau diese gedanken dieses innehalten das mich jetzt dazu gebracht hat hier auf die aufnahmetaste zu drücken und das auf youtube hochzuladen zum einen möchte ich einfach mal ganz klischeehaft mich anschließen bei all den anderen die in social media besinnliche weihnachtstage und so wünschen und natürlich euch auch ein paar schöne tage wünschen zum anderen halt auch danke sagen für jeden der mich auf dieser reise auf youtube begleitet hat der mich auch vielleicht persönlich kennenlernen durfte und egal ob man jetzt noch viel miteinander zu tun hat oder mal zu tun hatte ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen aber ich gehe mal stark davon aus bei jedem der sich hier angesprochen fühlt war es so dass ich die zeit immer genossen habe und immer genießen werde und dankbar bin über jeden moment den man noch auch in zukunft gemeinsam verbringen wird gleichzeitig habe ich vorhin einer sehr 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 guten freundin gesagt dass man sehr sentimental wird an so einem tag und dass man oder dass es viele menschen gibt die von ihrem weihnachten als kind vielleicht auch zehren weil dieses weihnachten nicht mehr so ist wie es mal war und ja das ist dass es sich geändert hat und dass man das wahrnimmt dass man das über die jahre immer stärker wahrnimmt und da rede ich jetzt nicht davon dass die geschenke kleiner werden oder man manchmal nur noch ein gutschein oder geld bekommt das das meine ich nicht ich glaube ihr wisst auch was ich meine wenn familiensituationen sich ändern wenn verwandte sterben häufig auch während der weihnachtszeit das geht sehr sehr vielen von uns so und ich glaube jeder hat daran so ein bisschen zu kämpfen und trotzdem versucht man sich so dieses wohlige gefühl von weihnachten beizubehalten so viele wenn ich fast alle in deutschland hatten kein schnee ja das ist für viele ja auch immer so ein kleiner aspekt der der gewisse dinge noch mal besser machen kann an einem heilig abend wenn halt schnee liegt so ja das gab es bei vielen nicht und dann musst du dich hat mit solchen vergangenheiten konfrontieren die ja nicht unbedingt schön sein muss weil im laufe eines lebens kommen immer so schattenseiten dazu und mit jedem weihnachten mehr hast du dann auch mehr von diesen schlechten erinnerungen die dann vielleicht auch immer mal ein bisschen aufploppen gerade an so einem tag wenn zum beispiel manche sitze leer bleiben trotzdem stelle ich halt dann fest und jetzt komme ich wieder zum eingangsthema mit demut dass man aber überhaupt diese dunklen stunden hatte weil sie vorher so schön waren wenn man vorher so helle stunden hatte dass diese plätze früher mal besetzt waren und wie schön das doch war und es gibt viele menschen die das gar nicht hatten es gibt objekte in denen kinder gemeinsam weihnachten verbringen die acht jahre alt sind vier jahre jünger die keinen keinen familienhaus haben die keine elternhaus haben so die haben vielleicht sogar eltern aber die leben nicht mehr bei denen aus den verschiedensten gründen und feiern ihr weihnachten so wie sie es kennen und finden das auch schön aber das ist in meinen augen trotzdem schon dann auch ein privileg dass man auch das haben darf und das auf eine eigene weise genießen kann ich hatte eine sehr sehr schöne kindheit auch da gab es einige dunkle zeiten brauche man ja das hat ja jeder so vielleicht bei mir auch keiner ich will es nicht einschätzen ich will es nicht vergleichen so aber prinzipiell gerade das weihnachten war immer sehr sehr schön und das hat sich halt im laufe der jahre halt verändert und man gewöhnt sich so ein bisschen dran und kann und blickt vielleicht auch manchmal ein bisschen zynisch darauf letzten endes hat man aber diese demut weil man weiß heute abends das sind einige menschen allein so und haben niemanden und es gibt gute institutionen auch bei mir in der stadt und sicherlich auch bei euch in der stadt die sich genau um solche menschen kümmern dass sie nicht allein sein müssen sie bieten verschiedene sachen an orte zeiten in denen man zusammenkommen kann es gibt die kirchen natürlich auch und von religion kann man dann in dem moment halten was man will aber dass es solche einrichtungen gibt die prinzipiell erst mal sagen jo auch wir haben unsere türen geöffnet entschuldigt diese flapsige formulierung das ist finde ich sehr sehr wichtig und ich habe immer dann das bedürfnis selber was irgendwie zu machen ich stelle mir so vor dass ich ich hoffentlich irgendwann die zeit aufbringen möchte mich da mal eine stunde mit hinzusetzen mit mit leuten die vielleicht allein sind und niemanden haben und mit denen mal eine runde zu würfeln oder karten zu spielen wissen was ich meine so also das sind so das ist so eine trauer die man irgendwie in sich trägt von anderen menschen und den damit umzugehen ist es ist nicht so einfach ich vermute es hat auch viel mit empathie zu tun in dem moment und und es war mir einfach ein bedürfnis darüber jetzt mal hier in diesem rahmen zu sprechen weil vielleicht gibt es einige von euch die auch solche gefühle hatten aber wissen nicht so genau wie sie es ausdrücken können und wissen nicht so richtig wie sie es einschätzen sollen vielleicht haben sie hier nochmal die möglichkeit da was aus da was aufzugreifen ähm ja oder auch so das einfach mal bewusst dazu machen so es sind fast zehn minuten rum ich weiß nicht mal ob das sich überhaupt jemand anhört bis hierhin oder dass sich überhaupt jemand anhört keine ahnung ich meine ja youtube hier auf dem kanal momentan schwieriges Pflaster aber ich habe viel Spaß damit und ziehe das durch und bemerke aber auch da zum Beispiel dass ich sehr viel Zeit und Energie für Arbeit aufbringe weil auch sowas ist natürlich in einer gewissen Art und Weise Arbeit auch wenn sie Spaß macht meine richtige Arbeit macht mir auch Spaß so ähm und da ist mir halt aufgefallen dass mir dieser Zauber für Weihnachten etwas abhandengekommen ist auch die letzten Tage dass Weihnachten ansteht dass heute Heiligabend ist während ich dieses Video aufnehme das ist mir gar nicht so richtig bewusst geworden das ist irgendwie schade weil das doch immer so ein großer Moment war in meinem Leben so gerade als Kind so wie ich schon sagte manchmal zehrt man dann über sein gesamtes restliches Leben von den Erinnerungen als Kind und wie weihnachtlich Weihnachten damals war ich möchte das jetzt nicht alles dass es so negativ klingt so melancholisch aber eine gewisse Melancholie steckt halt hier auch drin deswegen mache ich das ja gerade weil ich das Bedürfnis habe irgendwie darüber reden zu wollen zu müssen ähm weil es doch was Schönes ist und weil man sich bewusst machen kann wie besonders diese Tage sind egal ob man gläubig ist oder nicht ich meine hey dass wir Jesus Christus Geburt feiern das ist schon irgendwie krass ob das der Typ jetzt magische Fähigkeiten hat oder nicht das sei mal dahingestellt aber offenbar war er krass genug dass wir ihm zu Ehren dieses Fest jedes Jahr feiern dass wir eine ganze Zeitrechnung auf ihn basieren das ist schon ein starkes Ding also da musst du als Mensch schon irgendwas Krasses trotzdem vollbracht haben dass du so einen Eindruck hinterlässt so und wir erweitern den Begriff und richten uns oder richten unseren Blick auch auf jene die uns nahe stehen denen wir nahe stehen wollen die uns wichtig sind und manchmal habe ich einfach das Gefühl dem allem nicht gerecht zu werden und nicht gerecht werden zu können es gibt so viele Menschen ich würde am liebsten alle möglichen Namen aufzählen und mache es nicht weil ich Angst habe jemanden zu vergessen obwohl ich das nicht tue das also hier darf sich wirklich jeder angesprochen fühlen wirklich jeder ich habe hier Listen bei mir nur mal so mit den Geburtsdaten von Community-Mitgliedern die seit Jahren nicht mehr meine Videos schauen die wahrscheinlich gar nichts mehr mit YouTube vielleicht zu tun haben die ein Leben angefangen haben irgendwo anders abseits von Twitter, Twitch, YouTube und Co und ja quasi Kanu fahren oder angeln gehen und dann ihren Job als Schlosser machen und seit drei Jahren nicht mehr auf YouTube waren kann sein aber auch die habe ich noch im Geiste mit drin und die stehen hier mit auf dem Zettel und es gibt so viele Menschen und ganz ehrlich ihr seid alle klasse und ich bin dankbar für jeden der auch versucht so ein bisschen was Weihnachtliches nach außen zu strahlen jetzt kann ich noch mal einen Bogen spannen zu den ganzen Social Media Auftritten ich finde es immer schön wenn die Leute so zeigen ey wie sieht es bei euch so aus was habt ihr so geschenkt bekommen ich hatte in meinem ehemaligen Schulfreundeskreis auch mal so eine Gruppe wo wir das jedes Jahr gemacht haben und irgendwann dann halt nicht mehr und es ist irgendwie schade dass da was verloren gegangen ist aber wenn ich das irgendwo sehe dann freut mich das immer und klar siehst du auch Social Media auf Instagram vor allem viele Leute die dann diese klassischen besinnliche Weihnachtstage so ein bisschen kitsch und du hast dann auch das Gefühl ach ja komm du willst doch nur hier ein Posting machen und zeigen oh guck mal ich habe so hübsch den Tisch gedeckt und ja aber eigentlich ganz ehrlich warum denkt man so negativ darüber die haben sich daran erfreut die haben diesen Post gemacht und haben Weihnachten nach draußen getragen und das ist was Schönes und Weihnachten kann eigentlich echt ein schönes Fest sein es kann ein schönes Fest sein auch wenn ihr euch mit eurer Familie vielleicht nicht gut versteht weil ihr eben dann in euch kehren könnt weil er diese Momente diese Magie die um diesen Feiertag vielleicht auch manchmal von der Gesellschaft mehr oder weniger über die Jahre erzwungen wurde aber ihr könnt das nutzen um was Weihnachtliches für euch selber mitzunehmen nutzt das ja es gibt auch viele die sagen warum beschenken wir uns nur an Weihnachten warum sehen wir nur die Familie an Weihnachten das kann man doch jeden Tag machen aber nee wir als Gesellschaft haben gesagt so an dem Tag da wollen wir allen Menschen das ins Gedächtnis rufen und diese Möglichkeit geben das wahrzunehmen eben weil für viele der Alltag durch Arbeit und Stress bestimmt ist und das ist natürlich schon irgendwo eine traurige Erkenntnis dass viele nicht mehr in der Lage sind das von sich aus einfach mal so zu machen manche machen das aber ich meine ja nur es gibt doch genügend wo ich halt ganz genau weiß da ist es nicht so mir geht es doch ähnlich ich bin so ein Workaholic das ist schon da manchmal ein bisschen schade dass man da nicht so von sich aus sowas machen kann und deswegen ist Weihnachten so ein schöner Rahmen den man sich gesellschaftlich da gelegt hat so jetzt merke ich dass ich mich ein bisschen um die eigene Achse drehe 15 Minuten sollen auch genug sein ich bin sehr gespannt ob sich jemand hier meldet ob jemand an einem Abend sich das Video vielleicht angeschaut hat und sagt Mensch okay jetzt will ich doch mal ein paar Zeilen auch dazu schreiben weil mir so ähnliche Gedanken durch den Kopf brummen schreibt das gerne mal hier runter das würde mich freuen ich lese das ja gern auch hier der Hinweis ich beantworte dann vielleicht nicht alles aber ich lese es unglaublich gern und ich würde mich sehr freuen wenn wir alle für uns selbst aus diesen Weihnachtstagen und aus dem wie die Gesellschaft damit umgeht was rausziehen können um etwas Positives nach außen zu strahlen für uns selbst aber auch für unsere Mitmenschen ich glaube das ist gut ich glaube das ist wichtig bei all dem Doofen was auch manchmal so passiert und all dem Stress egal ob jetzt mit Freunden Familie oder mit einem selbst auch mal was Schönes machen mal was Schönes denken ihr seht das ja ich habe hier was Melancholisches erzählt und möchte trotzdem lächeln und möchte sagen ja es ist eigentlich alles ziemlich schön und wir können uns glücklich schätzen und nein ich spare mir jetzt den Vergleich mit anderen Kindern und so ihr wisst ihr kennt das ja so macht euch bewusst das ist es geht immer weiter es geht immer nach vorn und Weihnachten kann so ein Moment sein um sich dessen bewusst zu machen habt keinen Stress legt mal die Füße hoch schaut einen schönen Film an trinkt einen Kakao was immer euch glücklich macht und genießt die besinnliche Weihnachtszeit und die Feiertage ich hoffe wirklich sehr dass ihr sie genießen könnt macht es gut und bis dahin euer GigaGrivy Ciao, ciao lass uns sein hi bis zum nächsten Mal